Er muss sich schwitzen, dann werde ich hier aber schwitzen. Ich wollte meinen Sohn noch dazu nehmen, zu mir. Es wird ein Sprichwort in türkischer Sprache, SUKÜTÜN, also was er gehört dem Jüngeren, in das Wort dem Ältere. So, jetzt offiziell erteilt, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. Ich muss ein bisschen langsam sprechen, damit die Übersetzungsmultane klappt. Ich bin sehr glücklich, dass so zahlreiche Sonser diesjährige Comedy Night erschienen sind. Es sind, wie gesagt, 1200 Gäste hier und ich freue mich drauf. Es ist sogar für mich eine große Freude und eine Ehre, Sie heute Abend hier in Melek zu begrüßen. Ich bin sehr glücklich, ich bin sehr glücklich, dass sie heute Abend hier in Melek zu begrüßen. Vielen Dank.